Ich darf euch herzlich einladen zur 188. Ausgabe der Rapid Viertelstunde auf W24. Wir haben wieder sehr interessante Themen. Wir haben natürlich eine Vorschau auf das Spiel in der Südstadt am kommenden Samstag. Eine Vorschau auf eine Sonderausstellung. Hier sind schon die Vitrinen unter dem Motto Mythos Rapid. Und wir haben in dieser Woche auch eine Gedenksäule enthüllt, nämlich eine Gedenksäule an das Gerhard-Hannaby-Stadion. Unglaublich viele schöne Erinnerungen. Das war natürlich schon sehr lange mein Stadion, mein Zuhause. Das und noch mehr in der Rapid Viertelstunde am kommenden Freitag um 19.15 Uhr auf W24 oder www.w24.at.